Und ja, das Gebiet hier sieht wirklich sehr schön aus. Also ja, Venturien hat schon schöne Orte, auch wenn es ziemlich viele düstere Untergründe hat. So wie die Geisterhöhle, in der wir gerade waren. Orklinwurz brauchen wir nicht, aber den hohen Baumstamm schlündern wir. Ein Goldring? Ist ja putzig. Torwache, Torwache. Wasserfall freigeschalten. Was für ein Wasserfall denn? Da unten etwa? Nö, da ist kein Wasserfall. Den Wasserfall, wie ich jetzt habe, sehen. Hier ist nämlich nur ein Turm. Ich hoffe mal, die zeigen uns den Wasserfall noch. Und mit welcher Torwache müssen wir jetzt reden? Oder redet die automatisch mit uns? Ja, erzähl. Die da. So, Raman hat gesagt, du darfst passieren. Also, es ist Fuhrmann und fuhr da so zwischen Ferdock und Gareth die Strecke. Da steht ein altes Mütterchen am Wegesrand und winkt ihn zum Anhalten. Und weil es gar jämmerlich geregnet hat, da hat er Mitleid und will die Mutter mitnehmen. Die gibt ihm ihren schweren Sack hoch auf die Ladefläche und will zu ihm auf den Kutschbock steigen. Doch bevor die zu ihm auf den Bock steigen kann, da fällt ihm auf, dass die Bartstoppel hat wie ein Mann. Also, der Bruder der Schwester meines Vetters, der bekommt ein ungutes Gefühl. Er lässt den Wagen schnell anfahren und die Gäule ordentlich laufen. Später dann schaut er in den Sack. Und was ist drin? Diebesbeut und ein ganzes Arsenal mit Waffen. Aha. Und was ist die Moral der Geschichte? Na, ist doch klar. Wenn man unterwegs ist, soll man einfach keine Anhalter mitnehmen. Hinter der harmlosesten alten Schachtel kann ein übler Halunke stecken. Wieso erzählst du sowas? Wir sind doch selbst die Halunken. Stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber bei Schiffen gibt es auch eher selten Anhalter. Na, naja, was soll's. Willst du die Geschichte nochmal hören? Na, nein, lieber nicht. Also ja, eine tolle Geschichte. Dann reden wir. Okay, Autos safe erst einmal. Dann gucken wir mal, was jetzt da dringlich abgeht. Hier drin ist es grün. Wir haben den Geheimhafen gefunden. Rabauk, Bootsoktsukota. Das sind Surymans Viecher, gell? Eisenschmeck schon warten. Du, Knack machen, Anführerfaust. Maruk, ich gucken alles. Und Knack machen, feige Beckrenner. Ja, will ich schon wieder Knack machen. Art Vorgehen, was dazu zu sagen. Nö. Ein schöner Ort ist das hier übrigens. Auch wenn's ein Piratenlager ist. Sieht Laufstich aus. Kleines Schiff da drüben. Also ja, sowas würde ich auch als geheimen Hafen wählen. Flusspirat, schönste Junge, hä? Kannst du mir sagen, wo ich Donnerfaust will? Ihr habt zwar bestimmte Zustimmung des Kapitänsrates, um mit Donnerfaust zu reden. Aber hier müsst ihr euch noch bei den 16 Höhlenhafenmeistern des Kapitänsrates als würdig erweisen. Das kauf ich dir nicht ab, Junge. Sag dem Meister schon mal Bescheid. Ich muss nur Rücksprache mit meinen 32 Schiffsjungen halten. Komme ich später nochmal wieder. Das war nur ein Witz. Haltet euch hart Backbord. Da findet ihr das Schiff von Eilef Donnerfaust. Okay, gut zu wissen. Die ist da drüben also. Ah ja. Hallo, Riesenkrokos. Ihr seid also diejenigen, die wissen wollen, wer diesen Haufen anführt? Wer ist das zur Hölle? Ach du Heiliger. Das bin ich. Eilef Sigrid Stottir. Genannt Donnerfaust. Wie ist dein Name und was willst du? Redet nicht mit denen. Die sauberste Lösung ist der Tod. Auf meinen Planken spricht jeder für sich selbst. Josmine von der Klampe. Aber verzieh dich, bevor du weggeweht wirst. Ach du meine Güte. Nun bei Swafnir, was hast du mir zu sagen? Also wir haben hier eine Torwallerin, die zu viel Steroide in sich intus hat. Definitiv. Ach du meine Güte. Mein Name ist Bredoyer und ich bin auf der Suche nach Mora. Kannst du mir sagen, wo sie ist? Und warum sollte ich dir helfen? Äh, weil ich dir auch helfe. Sore Mann plant einen Schlag gegen dich. Also ja, wenn ich jetzt wählen muss zwischen dem Verrückten mit seinen Komplinen und dem Knack Ork und dieser Frau hier mit ihren Riesenallikatoren, ich entscheide mich lieber mal für sie. Sore Mann, diese hinterhältige Landrate. Als ob der je einem anderen helfen würde als ich selbst. Jupp. Kämpfer Donnerfaust, verrat! Sore Mann will euch alle töten. Er hat unsere Leute gekauft und sich im hinteren Teil der Höhle verbarrikadiert. Mh-hmm. Dieses Pack wird mich kennenlernen. Kämpfe an meiner Seite, dann sehen wir weiter. Du Junge, bewachst mein Schiff. Meine treuen Marus, voran! Ja. Hilfe, was ist ein Maru? Marus kommt fast ausschließlich in den südlichen Gebieten Abituriens vor. Sie sind von den Sünde nicht mit übermäßigen Teilen gesegnet worden. Doch ihre blühenfütige Krampfkraft und eine gewisse Schmerzunempfindlichkeit macht sie zu gefürchteten Gegnern. Eile, wo sie auf einer ihrer Reisen gefunden haben. Ja. Okay, wir haben Donnerfaust in der Truppe. Können sie halt nicht ausrüsten oder so. Äh, ja. Du schön laufenden Schmeckeisenfalle, äh, 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 gott Rotpelze und Zutarn. Dich jetzt knack machen. Schon lange gefreut. Äh. Goblins, hört dich auf diesen bösen Orgumfried. Im Wald gibt es eine Reschama, Reschamaama, die euch helfen wird. Ah, Rabaukennen, Reschamaama. Sieh mehr verzeihlich als Boots Org und mehr Mächten. Uh, Stierflitzen. Ach, Rabauk, den haben wir ja ausgeliefert und jetzt hilft uns trotzdem. Gott, Kai, borst dich wie der Vogel-Locken-Hildregal. Ohne Rotwichte mehr Knackschein führt zu Tart. Schlussreden. Kopf verliert du jetzt. Eikata. Du willst alleine gegen mich kämpfen. Mit 60 Lebenspunkten. Ja. Du bist endlich sehr mutig oder sehr, sehr dumm. Weiche. Oh, nebenbei. Neue Fähigkeit. Fähigkeit. Fernkampf. Was braucht den Meisterschütze? 27 AU. Okay, können wir nicht so oft benutzen wahrscheinlich. Aber ist egal. Das macht immerhin zwei Wunden. Okay, und Donnerfaust macht, was sie will. Was? Gut, können wir mitleben. Die stehen nur dumm rum. Aua. Wer schießt denn da? Wer zur Hölle schießt da oben? Äh, die da. So, du kriegst jetzt erst einmal einen ordentlichen Donnerblitz ab. Oder einen Kugelblitz. Okay, das war schon mal das Erste. Wir haben ordentlich Knack gemacht mit dem dummen Sklaventreiber. Nun weiter. Soreman hat nichts anderes verdient. Marus zerstört die Fässer und dann weiter. Okay. Die schlagen jetzt die Fässer ein. Das heißt, sie machen nicht mal was. Der da hat Knack gemacht. Ich finde das so genial. Ja, die schlagen die Fässer auf. Einfacher Verband Silber-Embleme. Oh ja, sehr schön. Die lasse ich mir nicht entgehen. Dann können die Marus jetzt blöd gucken, wie sie wollen. Ich gehe nicht ohne die Silber-Embleme weg. Na gut, die warten da hinten, wie es ist, auf unsere Handwerkskiste. Schleifsteine. Okay. Dann geht es jetzt als nächstes Soreman an den Kragen. Und dann sehen wir weiter. Wir machen ja ordentlich Fortschritt mittlerweile. Goldene Embleme tragen nur Kapitäne. Muss ich mal gucken, wen ich noch bestehen muss. Du bist eine gute Kämpferin, aber eine lausige Anführerin. Dein letztes Schiff hast du an den Flussvater verloren. Und hat einer je was von deinem Schatz gesehen? Den gibt es doch gar nicht. Okay, mehr verrät. Wer glaubt an das Kindermärchen vom Fluch des Flussvaters, aber nicht an den Schatz, der mit meinem Schiff unterging? Wer für eine Handvoll Dukaten meutert, der muss dafür mit seinem Leben bezahlen. Also, dass es mit dem Flussvater ein Kindermärchen ist, bezweiflich. Äh, tausend, hundert Dukaten, denke ich, denke nicht. Wow, 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 wow. Das war jetzt gerade aber ein Leck, ey. Okay, da hauen wir uns ordentlich durch. Oh, hinter uns sind welche. Pfeiris, schieß den mal weg und ich schieß den anderen weg. Äh, Donnerfaust, auch da drauf, dann auch den Dard auf. Und auch, und Vorgrim hat's umgehauen. Okay, die Donnerfaust hat einen ordentlichen Bumms drauf. Okay, Übersicht behalten. Der da will nicht sterben. Der braucht dringend einen Kugelblitz. So, dann hauen wir mal weiter und fliegt drauf. Pfeiris heilt ich mal lieber. So, die Piraten da sind weg. Pfeiris heilt sich. Vorgrim, du trinkst Neinbeersaft. Okay, mich hat's jetzt umgehauen. Arto ist weg. Komm schon, wir werden ja nicht ein paar lächerlichen Piraten krepieren. Äh, Kugelblitz. Ja. Pfeiris heilt Vorgrim. Okay, das war's mit Pfeiris. Ähm, nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Du brauchst einen Hightrank. Zwar schnell. Okay, jetzt muss ich wohl oder übel mal Notfallding auspacken. Dann eben noch mal Notfallding auspacken. Ah, sehr gut. Äh, Heißseifel für Arto. Pfeiris heilt mich mal. Okay, die kann schon mal nicht warten, während ich mich hier hochheile. So, da bricht mich auch gleich noch. So. Heilung für mich. Pfeiris heilen. Quicksave machen. Ah, jede Menge Piraten looten. Pfeile. Silber-Embleme und Salbenfett. Warum nicht? Hier kriege ich ordentlich Silber-Embleme zusammen. Ich glaube, 5 Silberlinge fliege ich für 1. und